Ich werde wahnsinnig. Ich muss hier raus! Das ist ein Traum! Es kann nur ein Traum sein! Du musst ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich hier ruhig bleiben? Ich sehe Dinge, Dinge, die nicht da sein können, weil alles weiß ist! Es dauert sicher nicht mehr lang, bis Nico kommt. Dann bist du erlöst. Erlöst? Ich scheiße auf Erlösung! Und auf eine bessere Menschheit! Und ich scheiße auf euch! Ihr seid Freaks! Ihr wollt mich fertig machen! Ihr wollt sehen, wie lange ich hier aushalte! Von Anfang an haltet ihr mich hier, um Versuche mit mir zu machen! Seid ihr von der Regierung? Oder vom Geheimdienst? Die Leute auf der Liste arbeiten auch für euch! Alle arbeiten für euch! Anna! Du musst dich wirklich beruhigen! Ich bin ruhig! Ich bin... ganz ruhig! Ich bin total ruhig! Sie ist hier! Nike? Nike! Bitte hol mich hier raus! Ich werde auch ganz brav sein! Du musst mich hier rausholen! Du musst mich hier rausholen! Die wollen mich fertig machen! Jana? Was machst du hier? Jana ist nicht hier! Nike, konzentrier dich! Wo sind wir hier? Lea steht nicht auf der Liste! Lea steht nicht auf der Liste! Olli? Ich dachte, du bist tot! Das ist nicht Olli! Das ist dein böser Zwilling Odin! Er hat noch mehr davon! Du musst mich hier rausholen! Bitte! Er sieht genauso aus wie Olli! 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 Warum steht Stefan nicht auf der Liste? Warum ist Stefan nicht auf der Liste? Das kann nicht sein! Odin? Nike, was? Du kannst Odin sehen? Nike! Nike! Du musst zurückkommen! Ich bin Odin! Ich bin Stefan und wir werden sterben! Was? Ich brauche den Schlüssel, um sie zu besiegen! Und um mich hier rauszuholen! Nike! 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 Du musst hier weg, Nike! Konzentrier dich! Ich! Schmeiß sie in ihre Zelle! Nein! Du musst hier weg! NIE! Das ist flammend. Es wird hier weg. NIE! Du musst hier weg! Dich! Du musst hier weg! Ich bin sicher! Du musst hier weg! Die sind zum Ersteiger! Dich! Die sind zum Ersteiger! Quang! Dich! Und hier! Dich! Vielen Dank.